Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Star Wars Battle von Commander, genau diesmal in der richtigen Reihenfolge, man kann jetzt noch hinschreiben, Mord bla 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 blub, aber es wissen wir ja inzwischen alle, ähm, worum geht's nochmal gleich, ich überleg grad, ich, das ist immer so eine Sache, wie fängst du sowas gescheit an, ne, ist schon wieder zu laut auf meinen Ohren, aber ich mach jetzt, ne, auch mal wieder nur eine kleine, etwas kürzere Folge, wo ist meine Boden drum, da ist meine Boden drum, äh, ja, sind das schon die ganzen Boden, oder sind das die ganzen Chips, die fertig werden, ich hab keine Ahnung, ähm, was wird denn hier, na, dde, 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 Ich sehe jetzt eigentlich nichts, weil inzwischen, haben wir jetzt, inzwischen, 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 so, wir haben ja jetzt, relativ viele, also wir haben jetzt eigentlich genug Truppen für alles, von daher sehe ich eigentlich nicht mehr Sinn, noch weitere zu bauen, okay, vielleicht hier ein paar mehr Sternenzerstörer, und die kann ich dann gleich da reinpacken, genau, ähm, Aber erstmal die Bodenschlacht hier bei den Malhuta, damit wären wir, das ist die letzte Welt des Zen-Konsortiums, oder der Mandalorianer, für die, die es lieber damit hätten So, ja, damit, da haben sich alle Verbleibenden zurückgezogen, also wird das hauptsächlich jetzt eine Heldenschlacht, und desto wäre es die Welt, sieht halt immer gleich aus, irgendwie in allen Mods und allen, selbst, selbst die Kampagnenmissionen hier sah gleich aus, mh, oder, Sadi? Ja, der AT-AT ist, ja, jetzt, hört gut. Ich sehe hier keine Rebels. So, sehe hier nur, welche, die sich alle kaufen haben lassen. Oh Gott, das Fenster ist zu klein. Ähm, was wollen wir denn noch nehmen? Hm, Sniper. So, viel Spaß beim Laufen. Ja, da kommen ja immer noch mehr Gunshots. Genau, warum ich überhaupt jetzt mal kurz eine kleine Aufnahme machen wollte, ist sogar relativ verständlich, da, ähm, dass das Abonnenten zum Beispiel wieder rausgekommen ist, und ne, ich als Schlauberger von Schlauberger, hab natürlich, leicht vergessen, dass das Video für die, ähm, für die Installation, also, es gibt zwar ein Video für die Installation von den Mods und Republic at War, aber ich bin damit selber nicht zufrieden. Das hat vielleicht Link, ich verlinke es auch relativ ungern, aber wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie man diese, wie man zum Beispiel Republic at War installiert. Oh, das ist jetzt nicht einfach gegen ganz, oder? Wo ist, wo ist, wo ist, wo ist, wo ist, wo ist Dan, wo ist Dan, da? Danke. Danke. Nein, ähm, ne, Installationsvideo gibt es offiziell auf dem Kanal. Wir müssen nur ein bisschen suchen. Aber, wie gesagt, ich bin aber relativ unzufrieden. Ach, Hallöchen. Da, da. Passt schon. Boom, boom. Wiedersehen. Viel Spaß bei den Bombardierungen. Ja, Sir. Ich habe noch mehr von Chips. Muss ich nachkommen. Da, da man Luftanreiten nie reparieren kann. Das finde ich nervig. Was ist deine Ordnung, als du commandest? Du kannst deinen advance momentan beginnen. Ja, Sir. Ich bin die Destination. Sensor. Sensor. Ja, Commander. Oh Gott. Überall. Was ist deine Ordnung, als du commandest? Sehen, das sieht irgendwie aus wie... Ach, das war noch diese... Genau hier. Und jetzt kann ich hier alles bombardieren, was wir wollen. Ist das nicht schuld? Blöde. 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 kompetenzen das war noch mehr luftabwehr könnt ihr es war böse luftabwehr wunderbar genau worauf ich hinaus wollte ich habe mir auch letztens gerade auch wieder super videos angeguckt wie beginne ich das am besten ja ich habe mir gerade ein video angeguckt wo man sich halt wieder über youtube lustig aber dann ist mir so auch aufgefallen doch finde ich schon dass du einfach dann ist nebenbei also vorher hatte ich ja das video hochgeladen habe dabei musste danach direkt habe danach irgendwie hätte derzeit rum oder irgendwas darum muss noch ein paar sachen umarbeiten so jetzt kannst du jetzt mal deine truppen aussetzen und da ist mir so aufgefallen diese großen youtuber mit hunderttausend und mehr die kriegen ja dann auch direkt irgendwie so um die tausende stellen vom kommentar ich denke mir so ja ich mit meinen 50 und den aktuellsten kann ja kaum noch hinterher als jeder noch alles schon rumgeschrieben habe das versteckt nicht falsch das kann ich werde ich finde das super ich denke mir so wie könnte ich dann überhaupt noch darauf eingehen wenn wir da pausenlos irgendwie neue kommentare durch die nahe so geknallt werden das ist so noch ein bisschen schwer vorzustellen mal gucken wie das dann in zukunft bei mir laufen wird das wenn ich mag es ja auch immer schneller ist ich bin gerade leicht überfordert so seite neu laden auch direkt wieder neu auch seite neu laden jetzt schon wieder neu was ist denn da los ach genau mein 80 80 wie konnte dir sagen mir ein 80 80 zu klauen die feindliche flotte größer das darf ich aber stark bezweifeln vor allem weil es hier keine mandalorianer mehr gibt mandalorianer in anführungszeichen ach man das war doch die welt die immer so oder wenn er nicht stimmt das war gar nicht die hallo Der Torpedo-Launcher hat... Was? What the fuck? Alter Flunder? Die Flunder stürmt. Sternzerstörer, Venatoren. Alles angreifen. Oh Gott. Andere Flunder. Flunder, ihr müsst zusammen flundern. Ready, Sir. Schnell. Flundert. Schnell flundert. Die arme Flunder. Mach mal, Alter. Die Priorität sind die Laser-Kanons. Ihr Kommandor. Eigentlich ist mir egal, was du mit dem fahrst. Was ist mit denen los? Ach, die haben hier Feuer auf dem Schild des Hotze. Ich gehe mir ab, wie sonst was. Und der Sternzerstörer bricht dabei in die Knie. Ähm, kann man sagen, dass die feindlichen Saftzeugen oder, äh, ganz weit haben, weiß ich nicht. Ähm, Sternzerstörer. What are you doing? Erst steigen. Feindlichen Saftzeugen. Target lockt. Ich hab' ihn. Das waren doch schon gut. Richtung fl двигiger, muss ich sagen. Fl elasticity flunder da. kommen dadurch weil ich eine wunderbare sterben wunderbar verzeihung ich bin jetzt nicht so lange im perium sympathisiert man auf einmal mit denen jetzt sagt jetzt nicht dass ich habe ich kein ich habe keinen scheiß hintertickter schiff in der flotte ich kann auch wenn die hier auf die idee kommen abzuhauen kann ich jetzt nicht sagen stopp ist dein antrieb noch ganz deine engines du bist aber relativ kaputt so du bist hier kaputt nein dante saftsäcke du warst du warst unsere hauptflotte du kannst dich jetzt mal mit dem todesstern vereinen du vereinigst dich jetzt mal hier so tja dann würde ich mal sagen ich weiß nicht was hier ganz zurzeit construction complete heißt sind wir immer noch viel zu wenig gunships weil gunships halt einfach so unglaublich schnell sterben können ich habe noch eine flunderflotte hätte ich glaube ich sogar technisch gesehen ach genau habe ich jetzt hier meine ganzen schüler plop plop ok jetzt der todesstern mal gucken wer schneller ist einmal kurz autobattle um zu versuchen zu versuchen wir sehen was alles im orbit hockt schau ich das mit der da wie viel venatoren sind das 7 kommt noch mal flunder flotte und ihr auch noch mal oder ich hätte auch einfach die flotte nehmen können naja das sind echt nicht mehr viele was ist das denn oh da hätte ich eigentlich gern den angriff selbst geführt wir wollten ja unsere kleinen op einheiten ausprobieren ich frage mich eigentlich wenn du einen überfall startest auf einem planeten und also ein überfall ohne den raum zu erobert haben ohne den raum erobert zu haben können kann der feind dann immer noch opital angriffe führen was mit dem todesstern los was ist mit dem todesstern los ah cool da ist direkt schon in der angst position wiedersehen wiedersehen das war ähm die größte taktische das war ähm das war die größte taktische das war die größte taktische schlag den das imperium hätte verfügen können da haben wir einen Renator noch einen Renator übrigens ach die haben wir auch so ein Ding darf ich sagen dass ich mich also nicht wieder auf ein paar wicke wo auf feuer und jetzt sieht die ganzen riesenschiffe alles gut ähm wie viele ganzschüsse habe ich hatte ich hier drin auch sieben ok ich liebe halt die ganzschüsse deshalb äh setze ich dir mal dazu ok besser machen wir das soo ich sehe konstruktion complete bildung unter konstruktion konstruktion so flunderflotte ich glaube die flunderflotte kommt zuerst ja erst die flunderflotte dann das hier flunderflotte starten oh 13 binatoren moons interessant high credit value ja ich bin ganz ehrlich wir haben genug geld da man hier nicht irgendwie für seine infrastruktur da man hier nicht irgendwie für seine infrastruktur äh sorgen muss ist das relativ wurscht ernsthaft der ganze piss hier mit die 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 und wo sind denn die genau die die das sind keine oder grüße da sind eigentlich leichte schichten leichte klugschiffchen jetzt habe ich durst das aus und entlang Akklamator! Hä? Tonnweise Bomber, gut. Unsere Bomber setze ich mal dazu ein, um einfach mal rumzugucken. Ja, die ganzen kleinen Schiffe werden jetzt schon sterben. Schilder. 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 Ich finde irgendwie besser, wenn die eine höhere Jägerabwehr hätten. Wiedersehen, Nebulon B. Wiedersehen andere Nebulon B. Da ist noch eine Nebulon B. Los, mach kaputt. Das ist einfacher als ich erwartet hatte. War das gerade ein feindlicher? Ja, das war ein feindlicher. Aber ich hatte ja hier nur drei. Oh, da ist der nächste von denen. Die Dinger interessieren mich ja jetzt nicht wenig. Ui. Ja, ist mir alles scheißegal, wenn wir unsere kleinen Drecksdinger verrecken. Geiler Bug. Soll ich mir noch nach unten unterholen? Ne, ich möchte gerne. Ja, geht noch zu. Renator, Renator, Renator. Ähm, klein Schiff. Ja. 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 Hau ab. Ich weiß nicht, wo du bist, aber hau ab. Oh, dem geht es ja gar nicht gut. Nein, Renator. Kannst du mir das mal antun? Oh, der ist. Ist noch irgendwas geschoben. Ich glaube ich bin mir gleich noch eine Flunder. Äh, der ist ein Schiff, kein Schiff. So, ich habe mein nächster Renator hier. Du wütest dich mal hoch, bitte. So. du auch mal bitte schaffst du auf den da meine kleinen schiffchen flunder komm her es verfügt wieder ein tennis hier was hier ist schon wieder hat die rote farben ihre unterstützung republikanische aber was wäre unser schönes ohne die unglaublich dämliche wildfindung das ding erinnert mich schon fast wieder auch an den messer irgendwie so eine karte sich so eine spielkarte ich habe keine ich habe immer noch kein interdict an der flotte ja okay das auch noch ein schönes kleine schnelle flotte schnell zusammengestellt den ganzen kleinen ist aber die mag ich aber wir sind ja nicht mit der publik ich verkar da darf ich ja keine rücksicht mehr darauf nehmen so damit was ich loswerden wollte wollte bin ich los geworden dass ich mir einfach aktuell noch nicht vorstellen kann wirklich so einen youtuber so groß so großer youtuber mit was weiß ich 100.000 abonnenten zu sein mit 1000 kommentaren wirkt dann auch alles so unübersichtlich was bist du denn noch mal ach diese diese dumme schnell das sind diese dass das stern zerstörer leid sieht aus wie einer geht aber viel schneller kaputt also noch viel schneller naja deshalb sage ich dann auch genau werden haben wir noch tonnenweise 80 80s könnte ich eigentlich mal an die front bringen aber durch sich ein andere streamer irgendwie immer am ende jeder folge mal gucken ob ich irgendwas bauen kann du bist auch im bau 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 fertig der messe kram ist fertig selbst wenn ich als imperium sagen würde ja ich investiere tonnenweise in infrastruktur wirtschaft blablablabla geht hier gar nicht ich kann das ding nicht zu einer wirtschaftsmetropole aufbauen in dem ich denke in allen vor allem ein geld gebe wahrscheinlich das hier nicht wirklich nicht credit sondern in millionen oder so oder 1.000 für die auch mal praktisch zu wissen weil ich habe wohl stark bezweifeln dass ein venator 4000 kostet nur ich könnte eigentlich auch anpassen mal ich glaube das spiel ist dazu nicht ausgelegt trotzdem vielen dank fürs zuschauen glaubt euch wohl bleibt mir treu wir sehen